Willkommen zum Videocast sozial digital transparent, eine Initiative für einen nachhaltigen Gesundheitssektor von der Siemens Betriebskrankenkasse und von DUP Unternehmer. Das Gesundheitssystem folgt dem sogenannten Solidarprinzip. Auch das Gesundheitswesen steht vor einer großen Aufgabe einer neuen, einer nachhaltigen Ausrichtung, damit in Zukunft dieses Prinzip auch die Folgegeneration erreichen kann. Wir sprechen heute in diesem Zusammenhang über den Faktor Mensch, also welche Rolle spielt Menschlichkeit in einem nachhaltigen Gesundheitssektor? Wir sprechen darüber mit der Gastgeberin des Talks mit Dr. Gertrud Demmler aus dem Vorstand der Siemens Betriebskrankenkasse. Frau Demmler, hallo und herzlich willkommen. Hallo, freue mich sehr. Und ich freue mich auch sehr über einen Gast und für mich guten Bekannten, nämlich Jochen Werner, dem CEO und ärztlichen Direktor der Uniklinik Essen. Lieber Jochen, wir kennen uns ja aus unserer Zukunftsvisite, das ist auch eine Gesundheitssendung, aber heute begrüße ich dich ganz herzlich hier zu diesem Videocast. Guten Morgen, liebe Fanny, guten Morgen, liebe Frau Demmler, guten Morgen, liebe alle. Genau, und ich möchte gerne, Frau Demmler, mit Ihnen sprechen. Die Unterhaltung beginnt mit der grundsätzlichen Frage, welche Rolle Menschlichkeit denn für Sie in einem nachhaltigen Gesundheitssektor verspielt? Also die Bedeutung von Menschen in der Gesundheitsversorgung haben wir in der Corona-Pandemie ja sehr hautnah erleben können. Sie sind nicht zu ersetzen und auch nicht schnell zu beschaffen. Also kurz, der Mensch ist eben nicht ganz einfach skalierbar, ist aber für eine nachhaltige Gesundheitsversorgung unverzichtbar. Der Austausch zwischen Menschen, nicht nur zur Übermittlung von Information und Wissen, ist für eine gute Versorgung unabdingbar und gleichzeitig, was noch viel wichtiger ist, die menschliche Eigenschaft wie Mitgefühl oder Vertrauen. Also in einem nachhaltigen Gesundheitssektor müssen wir uns also sorgfältig Gedanken darüber machen, wo wird die wertvolle Ressource im Mensch wirklich wichtig ist und wo sie für Patienten und Patientinnen einen Mehrwert bieten. Also das ist die Frage, wie Menschen in der Gesundheitsversorgung ausreichend Freiräume gegeben werden können, damit ihre unnachahmliche Eigenschaft der Menschlichkeit den Menschen zugutekommt. Also und immer, wenn es um die Frage geht, was nützt den Patientinnen und Patienten? Jochen, die Uniklinik Essen, die möchte sich ja zum Smart Hospital transformieren und das soll eine Blaupause sein für eine innovative, für eine digitalisierte und zukunftsfähige Medizin und der Mensch soll vor allem immer im Mittelpunkt stehen. Wie passen mehr Mensch und mehr Digitalisierung deiner Meinung nach zusammen? Wie geht das gut? Wie passt das zusammen? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Mehr Mensch, mehr Digitalisierung. Ich sage bei beidem ja. Was bedeutet das eigentlich mehr Mensch? Da müssen wir unterscheiden. Zum einen, wir haben immer mehr Menschen zu versorgen und das hängt ganz maßgeblich auch mit dem manchmal schon vergessenen demografischen Wandel zusammen, der uns immer mehr mit älteren Menschen und damit auch mit krankeren konfrontiert, konfrontieren wird, um die wir uns ja kümmern wollen. Das ist vollkommen klar. Auf der anderen Seite haben wir auch weniger Mensch, was die Fachkräfte betrifft. Also wir haben eine höhere Aufgabe, die Menschen zu versorgen, aber uns fehlen Fachkräfte. Und deswegen glaube ich, dass wir die Menschen zu versorgen sind. Das ist vollkommen klar. Das ist vollkommen klar. Auf der anderen Seite haben wir auch weniger Mensch, was die Fachkräfte betrifft. Und deswegen glaube ich, müssen wir daran extrem alle zusammenarbeiten. Das hat viel mit Kommunikation zu tun. Und man braucht einfach auch neue Modelle. Es werden sich Berufsbilder komplett verändern, weil wir eben mehr Digitalisierung bekommen. Viel weniger Digitalisierung geht in Deutschland nicht. Also wir sind schon ziemlich am Boden gelandet. Wir haben eine fürchterliche digitale Infrastruktur. Es ist seit vielen, vielen Jahren immer wieder von der Politik zugesagt worden, das zu verändern. Ist nicht passiert. Wir müssen jetzt damit klarkommen. Das, was wirklich sehr positiv zu vermerken ist, ist unser Bundesgesundheitsminister Spahn. Der hat tatsächlich einen digitalen Kraftakt hingelegt mit vielen Gesetzgebungen, die auch das Thema nach vorne bringen werden. Nur, dann kam Corona etwas dazwischen. Und jetzt müssen wir alle daran arbeiten, dass diese Gesetzesvorlagen und Gesetze auch wirklich umgesetzt werden. Sonst kommen wir wieder still statt. Und einen Punkt, den ich gerne noch dazu sagen will. Viele haben ja Angst vor Digitalisierung. Ich bin total sicher, dass die Digitalisierung dazu beitragen wird, die Humanisierung nicht nur im Krankenhaus, im Gesundheitswesen zu stärken. Also die Medizin, die Gesundheitsversorgung wieder menschlicher zu machen, weil die Menschen, die dort arbeiten, einfach entlastet werden müssen von belastenden und zeitraubenden, auch administrativen, also Verwaltungsarbeiten. Frau Demmler, wie sehen Sie das? Wie kann denn die Digitalisierung Ihrer Meinung nach dazu beitragen, dass tatsächlich Freiräume entstehen für den Menschen? Also ich kann das einfach nur noch mal ganz deutlich unterstreichen, was Professor Werner gesagt hat. Also Digitalisierung kann Raum für Menschlichkeit schaffen, indem sie beispielsweise Menschen Zeit schenkt und von Tätigkeiten entlastet, die heute ja ganz massiv ihre Arbeit belastet. Dokumentationen, schwere Tätigkeit, also alles, was mit Informationsweitergabe, vielfach Informationserfassung zu tun hat. Das sind, also das liegt auf der Hand, dass dadurch einfach Entlastung entstehen kann. Das zweite große Thema ist, durch Vernetzung sind ganz wichtige Dinge, mit denen wir es zu tun haben. Das zweite ist aber, das kann nur gelingen und das ist der entscheidende Punkt, wenn die Digitalisierung eben an Nutzen für die Menschen ausgerichtet ist. Wenn das die zentrale Frage ist, für wann nützt Digitalisierung den Patienten und aber auch den Leistungserbringern? Also das ist im Grunde die Voraussetzung, dass Digitalisierung das auch weiterbringt und also wir sind überzeugt davon, dass eben Digitalisierung ein Schlüssel zu mehr statt weniger Menschlichkeit werden kann, wenn wir sie genau so einsetzen. Jochen, ein Grundsatz bei dieser Transformation der Uniklinik Essen zum Smart Hospital ist ja das Wohl der Patientinnen und Patienten. Welche Rolle spielt denn tatsächlich der Patient als Mensch? Also wie kann man sicherstellen, dass da Empathie dem Mensch gegenüber kommt? Ja, also der Patient muss und kann nur als Mensch gesehen werden, nicht als Kunde zum Beispiel, weil wir uns ja immer wirklich vor Augen halten müssen, das sind kranke Menschen, die bei uns sind. Die müssen sich geschützt fühlen, die müssen sich wirklich geborgen und gut versorgt fühlen. Natürlich empathisch. Nun kann man Empathie nicht sicherstellen. Man kann es auch nicht anordnen, sondern man muss sich darum kümmern, dass die Menschen, die patientennah arbeiten, eben eine Empathie haben. Und von alleine passiert das bei manchen vielleicht. Aber ansonsten ist das etwas, was wir sehr in den Fokus nehmen müssen. Das gehört viel stärker als bisher zum Beispiel auch in die Ausbildung, in alle patientennah arbeitenden Berufe. Und auch da sage ich ja immer, haben wir noch viel Luft nach oben. Ich möchte noch gerne auf einen Punkt hinweisen, der manchmal untergeht. Das ist nämlich auch Faktor Mensch als Risikofaktor. Also ganz, ganz viele Komplikationen, Behandlungsfehler etc., was es dort eben gibt, passieren durch den Faktor Mensch. Und da geht es um die Patientensicherheit. Und auch da brauchen wir natürlich Unterstützung durch auch digitale Systeme. Aber wir brauchen eine ganz offene Umgangskultur, dass man über Fehler spricht, dass man auch versucht, natürlich mit den Betroffenen, den Patientinnen und Patienten, ihren Angehörigen zu sprechen, damit man Lösungen findet. Und das ist etwas, was leider auch allzu oft untergeht. Und deswegen, als ich hörte, wir sprechen über den Faktor Mensch, dachte ich, das muss ich unbedingt anbringen, weil das ist auch ein wirkliches Thema. Frau Demmler, wie ist es bei den Krankenkassen? Wie kann man bei den Krankenkassen sicherstellen oder dafür sorgen, dass die Kunden eben auch als Menschen wahrgenommen werden? Also im Grunde ist die Fragestellung auch bei uns keine andere. Also unser Ausgangspunkt ist immer, dass wir unserer Beratung oder auch unsere Dienstleistungsgestaltung immer zunächst die Bedürfnisse und den Kontext des Versicherten im Mittelpunkt stellen. Und ich denke, das ist die Grundvoraussetzung, um Empathie überhaupt zu erleben, zuzuhören, sich in den anderen zu versetzen. Und das gilt für, egal für wen im Gesundheitswesen, ganz genauso auch für uns. Und das muss viel stärker auch eine Rolle spielen in der allgemeinen gesundheitlichen Versorgung. Patienten und Patientinnen dürfen nicht einfach irgendwie durchs System geschleust werden, sondern sie müssen als aktiver Gesprächspartner eine aktive Rolle spielen. Und es ist eben Aufgabe der Menschen im Gesundheitssystem, Patienten in eine aktive Rolle auch zu begleiten. Also kompetent zu entscheiden, die jeweilige Situation aufzunehmen, auf der guten Grundlage von guten Daten gut zu beraten. Das sind alles so Punkte, die dafür sorgen, dass der Mensch sich dann eben als Mensch behandelt fühlt. Und es gibt einen dritten Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, den wir bei uns in der SBK seit vielen Jahren sehr, sehr prominent nutzen. Wir brauchen viel mehr für die Bewertung auch der Qualität von Versorgung, die konkrete Erfahrung von Patientinnen und Patienten. Also wir müssen die viel konsequenter, die versicherten Erfahrungen nutzen, um auch Gesundheitsversorgung weiterzuentwickeln, um auch zu verstehen, was ist Menschen in welcher Situation wichtig. Und eins zeigt sich bei uns und jetzt sind wir noch sozusagen noch gefühlt von dem, was wir tun in der Beratung ja noch weiter weg. Aber der menschliche Kontakt, das spiegeln uns alle Rückmeldungen unserer Versorgung wider, ist sehr, sehr wichtig, wenn es darauf ankommt. Der lässt sich eben nicht ersetzen. Jochen, was muss denn jetzt konkret passieren, damit der Faktor Mensch in einer nachhaltigen Gesundheitsversorgung seine Wirkung entfalten kann? Ja, also ich glaube, es ist heute schon ganz viel gesagt worden. Frau Dr. Demmler hat es ja gerade auch noch einmal auf den Punkt gebracht, was die Selbstverantwortung der Patientinnen und Patienten betrifft. Da haben wir auch noch Luft nach oben. Nur dann kommen wir wirklich weiter. Wir müssen viel stärker auf Prävention setzen. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig anleiten, wie vernünftige Prävention passieren kann, damit wir Krankheitsausbrüche überhaupt vermeiden oder verzögern können. Wir wollen ja die Patienten am besten gar nicht ins Krankenhaus reinbekommen. Und vor dem Hintergrund, ja, wir kommen dann immer wieder auch auf das Thema Digitalisierung, weil natürlich mit Digitalisierung die Diagnostik viel besser werden wird. Sie wird personalisierter ablaufen. Wir werden aber auch feststellen, dass die Transparenz größer wird. Man wird auch Fehler leichter erkennen. Man wird Behandlungsqualitäten miteinander vergleichen können. Und man wird auch vergleichen können, das hat Frau Dr. Demmler auch gesagt, wie ist mit jemandem umgegangen worden? Hat er sich wirklich menschlich aufgehoben gefühlt oder eben nicht? Und das kann man ja nicht dann unbeachtet lassen, sondern es muss Konsequenzen haben. Und da wird es dann Patientenströme geben etc. Deswegen sage ich, das ganze Gesundheitssystem gehört wirklich neu strukturiert, vom Patienten her gedacht, auch von den Mitarbeitern her gedacht. Das wird so kommen. Es wird alles ein bisschen dauern. Schnell geht ja eigentlich nichts. Aber ich bin zuversichtlich, dass, wenn wir 15, 20 Jahre weiterdenken, sich so viel verändert haben wird, dass wir uns fragen, was ist damals eigentlich hier passiert? Frau Demmler, wie sehen Sie das? Was muss passieren, damit der Faktor Mensch sich entfalten kann im nachhaltigen Gesundheitssektor? Also all die Themen, die Professor Werner angesprochen hat und vielleicht lassen Sie mich zwei, drei Dinge noch ergänzen. Der Gesundheitssektor insgesamt muss ein wertschätzendes Umfeld bieten. Also das gilt gerade auch vor dem Stichwort Fachkräfte Pflegemangel. Und das hat mehrere Komponenten. Also da geht es um Handlungsspielräume geben. Also Leute entsprechend ihrer Kompetenz auch einzusetzen. Es gilt wirklich Zusammenarbeit zu fördern. Das, was man so allgemein im Wirtschaftsleben eigentlich unbestritten ist. Das ist im Gesundheitswesen zum Teil wirklich noch etwas rückständig. Und natürlich braucht es Zeit und Anerkennung. Und das hat was mit Geld zu tun, aber eben nicht nur. Daraus leitet sich zwingend ab, dass wir wirklich darüber nachdenken müssen, wie ist die Arbeitsteilung zwischen Gesundheitsberufen? Also wie können wir die Kompetenz, die da ist, so sinnvoll wie möglich einsetzen? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Dann eben Thema Digitalisierung dort zu nützen, um diese Freiräume zu schaffen, damit Menschen das tun können, was sie besonders gut können. Und eben Patienten und Versicherte aktiv eben ins Versorgungs- und Heilungsprozess zu integrieren. Durch Transparenz, durch Information, durch viel mehr Kommunikation. Und das alles gelingt nur, wenn es gelingt, Patienten und Versicherten zentrierte Entwicklungsprozesse loszutreten. Wirklich zu überlegen, was ist denn der echte Schmerz? Was muss denn verbessert werden? Was ist aus Versicherten Sicht wichtig und sich zu lösen von den rein expertokratischen Innovationsprozessen? Also das glaube ich, das wäre mein Wunsch. Und dann würde ich das gleiche Fazit wie Herr Professor Werner ziehen. Ich glaube, wir werden in dem nächsten Jahrzehnt an dieser Stelle eine fundamentale Veränderung bekommen, weil eben auch der Veränderungsdruck so hoch ist und aber auch der Wille. Das sehen wir und darauf freuen wir uns auch. Frau Demmler und auch lieber Jochen, dann bedanke ich mich ganz herzlich für diesen Ausblick in die Zukunft. Das war der zweite Teil unseres Videocastes Sozial, Digital, Transparent zum Thema die Rolle der Menschlichkeit in einem nachhaltigen Gesundheitssektor. Wir sind wieder am 23. September zurück mit einer neuen Folge. Da geht es dann um das Thema begrenzte Ressourcen und wie man diese eben sinnvoll einsetzen kann. Zu Gast haben wir dann Marion Grote-Westrick von der Bertelsmann Stiftung, die dort das Projekt Patient mit Wirkung betreut. Dann vielen Dank für das Interesse. Gerne bis zum nächsten Mal und damit Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017